Also, der Witz des Tages. Das hier ist der Orthopädie-Mechaniker. Der Name ist egal. So, passen Sie auf. Der Witz des Tages. Ein Mann kommt zum Arzt und sagt, Herr Doktor, Herr Doktor, immer wenn ich hier so mache und da so und hier so und da so, dann tut das da unheimlich weh. Und dann sagt der Arzt, ja dann machen Sie doch nicht so und so und so und so. Ja, das war es schon. Das ist ja ein Flachwitz. Ja, genau. Also, so ein Vogel. Haben Sie gelacht? Etwas, ja. Gut. So, weitermachen. Ich mache. Ich gebe das jetzt sofort dem Herrn Nuke. Ja. Ente. Immer so gerne Randgucken. Darf ich Sie kurz mit in den Film reinnehmen? Natürlich. Gut. Scherzfrage. Kennen Sie den Unterschied zwischen Milchreis und einem ungeschickten Elektriker? Nein. Also, Milchreis isst man gerne mit Zucker und Zimt und der ungeschickte Elektriker liegt im Zimmer und zuckt. War der gut? Haben Sie gelacht? Natürlich. Den kann ich noch nicht. Echt nicht? Nein. So alt? Nein. So viele Elektrikerwitze kenne ich tatsächlich gar nicht. Ah, okay. Aber haben Sie auch noch einen für mich auf Lager, gerade spontan? Boah, Witze finde ich leider sehr schlecht. Leider, leider nein. Na gut. Dann finde ich Spaß bei der Arbeit. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.